Das ist die Stadt Wien. Wien ist bekannt für das Riesenrad, die Sachertorte und die Fiaker. Das Wahlzeichen von Wien ist der Stephansdom. Dieser war einst umgeben von einem großen Friedhof. Direkt neben dem Stephansdom befand sich viele Jahrhunderte lang die sogenannte Maria Magdalenenkapelle. Sie existiert schon lange nicht mehr. Was aber noch erhalten ist, ist ein großer unterirdischer Raum, der direkt unter der Kapelle lag. Er ist heute bekannt unter dem Namen Virgilkapelle. Der heilige Virgil war ein mittelalterlicher Bischof aus Salzburg, dem einst ein Altar im Untergeschoss der Kapelle gewidmet war. Im Herzen der Stadt liegt der Stephansplatz erst seit etwa 800 Jahren. Davor befand sich die mittelalterliche Besiedelung innerhalb des ehemaligen römischen Legionslagers Windobona. St. Stephan wurde daher zunächst vor den Toren der Stadt errichtet. Als es innerhalb der alten Stadtmauern zu eng wurde, beschloss man, diese abzureißen. Damit rückte der Stephansplatz in den Mittelpunkt. Die Virgilkapelle wurde um 1220 erbaut. Wer der Bauherr war, das wissen wir bis heute nicht. Um die unterirdische Kapelle errichten zu können, wurden massive Pfeiler eingetieft und eine riesige Baugrube ausgehoben. Für einige Jahre befand sich also ein kleiner Krater neben dem Stephansdom, in dem emsig gebaut wurde. Wenige Jahre später waren die Mauern errichtet und ein Gewölbe eingezogen. Das Gemäuer überragte das Erdniveau so weit, dass Fenster eingebaut werden konnten. So hatte die Kapelle auch eine natürliche Lichtquelle. Im Innenraum des Gemäuers wurden die Wände mit Malereien ausgestattet, die noch heute sichtbar sind. Kurz nach 1300 wurde ein Zwischengeschoss eingezogen und der so entstandene Raum als Karner genutzt. Hier wurden Schädel und Knochen des umliegenden Friedhofs aufbewahrt. Die heutige Virgilkapelle nutzte eine reiche Kaufmannsfamilie als Begräbniskapelle. Währenddessen wurde oberirdisch an der Maria Magdalenenkapelle gebaut. Diese änderte im Lauf der Jahrhunderte mehrmals ihr Aussehen. Zusammen mit dem unterirdischen Teil des Gebäudes diente sie den verschiedensten Zwecken. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit dem Gotteshaus. Nachdem schon zuvor ein Erdbeben einen Turm zum Einsturz gebracht hatte, brannte es im Jahr 1782 nieder. Die Kapelle wurde abgetragen, der Friedhof aufgelassen und die den Stephansdom umgebenden Gebäude geschleift. 200 Jahre später war die Virgilkapelle völlig in Vergessenheit geraten. Bis zum Bau der Wiener U-Bahn. Denn bei Ausgrabungen stießen Archäologen nicht nur auf die Reste der Maria Magdalenenkapelle, sondern auch auf ihr imposantes Untergeschoss. Ein Sensationsfund. Die Virgilkapelle wurde mit viel Sorgfalt ausgegraben und für das Publikum geöffnet. Vor einigen Jahren musste die Virgilkapelle geschlossen werden. Nun wurde sie aufwendig restauriert und neue Forschungen liefern uns viele neue Erkenntnisse über ihre Geschichte. Ab Dezember 2015 kann jeder die Virgilkapelle wieder hautnah bei einem Besuch erleben und sich auf die Spuren des Mittelalters begeben. Ab Dezember 2015 Dezember 2015 Dezember 2015 Dezember 2015 Dezember My Mist Du brauchst mir den Weg. Vielen Dank.